Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir haben jetzt eigentlich immer noch ein paar Dinger frei. Wir brauchen also noch Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Also dafür sind die vielen Öfen doch recht praktisch. Normale Ziegel, normale, normale und normale. Ich denke mal, der wird hier draußen sein. Und in der Theorie müsste der Creeper immer noch da oben sein. Da ist der Skeletman. Creeper. Ups. Du, 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 du. Wieso hört er sich so nah an, wenn wir ihn nicht mal sehen können? Wieso hört er sich so nah an, wenn wir ihn nicht mal sehen können? Ähm. Ach, hier war das. Nun gut, weiter geht's. Am kupieren. phi ist nah an, wenn wir ihn nicht mal essen müssen. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Das war's für heute. ach du scheiße jetzt ein bisschen konzentration ich höre auch lava könnte aber auch der könnte aber auch von unten kommen die lager nach unten graben würde ich dennoch mal ganz gerne einfach um mir das anzugucken da haben wir wohl hier die beste chancen ich das richtig gesehen habe dort ein Vieh zu sehen da hinten der Schweinebeermann aber ansonsten Mediode so nicht gar 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 Okay, aber leider ist hier so rein gar nichts zu entdecken. Können wir auch wieder hoch. Jo, müssen wir uns mal in die Richtung graben. Ich probier's mal über die Däsche. Ich probier's mal wieder hoch. 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 Vielleicht, dass wir durch das schnelle Laufen, aber ansonsten, glaub ich, dürften wir ein paar Kinn immer verlieren. Jedenfalls war die mal so. Ich probier's mal wieder hoch. 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 So, raus damit. Ich probier's mal wieder hoch. Ich probier's mal wieder hoch. Ich probier's mal wieder hoch. Und weil ich wieder hoch. Ich probier's mal wieder hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Gott Und immer landen wir irgendwie oben Das Schlimme ist, ich sehe nicht mal irgendwie eine Wand, wo wir uns runterbauen könnten. Aber hier sieht es so aus, als ob man da auf eine oberen Plattform käme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dieses Vorhaben machen wir dann in der nächsten Session weiter. Jetzt ist sie erstmal wieder Schluss mit lustig, denn ernst, kommt nicht die Treppe runter. Spitz, bedanke mich, bis dann.